Grüß euch, ich bin der Michael, ich bin der Wassermeister von der Stadt Lienz. Das Team des Wasserwerkes betreut 60 Quellen und fünf Hochbehälter mit einem Leitungsnetz von circa 60 Kilometern, mit denen wir die Stadt mit Wasser versorgen können. Da oben stehen wir beim Hochbehälter Schlossberg und einer davon hat 1500 Kubikmeter Fassungsvermögen. In regelmäßigen Abständen werden auch Wasserproben gezogen, um das Wasser den Lienzern in bester Qualität zu übergeben.